Hey, Hände weg von meinen Makronen. Schon gut, aber hey, ich zeig dir einen Trick. Mach's so. Was? Hey, lass meine Hände los. Ich krieg sie nicht raus. Auf keinen Fall. Ich brauch nicht mal meine Hände, um sie zu essen. Wow, irgendwas passiert hier. Ah, oh mein Gott. Wir wurden teleportiert. Eine Challenge. Warte, wir öffnen's zusammen auf drei. Äh, Augen. Ja, ich darf beide Hände benutzen. Ich nehm einfach zwei, eins in jeder Hand. Ich mag ja, dass die so gummig sind. Okay, die schmecken echt lecker. Okay. Nein, ich kann's nicht. Die sind so flutschig. Okay, dieses Salatbesteck wird mir dabei helfen. Ups. Ah, diese Gurken sehen so lecker aus. Hä? Was ist das? Ah, ein Auge. Oh, sie sieht böse aus. Okay, beim nächsten Versuch klappt's. Ups, zu früh gefreut. Lasst uns zusammen rocken heute Abend. Uah, was zum... Ein Auge? Cool, das ist voll Metal. Okay, okay. Dieses Mal klappt's aber wirklich. Du veräppelst mich doch. Au! Du hast genau meine Stirn getroffen. Gib mir diese Zange, das reicht jetzt. Schön, es ist wohl an der Zeit, endlich eins zu essen. Hey, eigentlich schmeckt das ja voll gut. Wer hätte es gedacht? Ja, ich schon. Darf ich zuerst öffnen? Bitte. Komm, wir machen nochmal zusammen. Oh mein Gott, yeah. Zuckerwatte. Wieder nur eine Hand? Na schön. Wenigstens bin ich schon dran gewöhnt. Hallo, Zuckerwatte. Da sag ich nicht nein. Hm, die ist so gut. Wupp, jetzt komm ich. Momm, momm, momm. Hm, du hast recht. Ist wirklich gut. Oh mein Gott, du hast einen Zuckerwatte-Bart. Du siehst komplett witzig aus. Wie ein pinker Weihnachtsmann. Naja, whatever. Ich kann ohne Hände eh nichts machen. Hey, aber es schmeckt ziemlich lecker. Ha, hey, das bringt mich auf eine brillante Idee. Ich glaub, du brauchst noch mehr Zuckerwatte, damit der Look richtig wirkt. Vielleicht noch ein bisschen mehr hier. Ähm, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Fertig. Voila, du siehst fantastisch aus. Hier, ich geb dir meinen Taschenspiegel, dann kannst du dich sehen. Wow, oh mein Gott, das ist toll. Das hast du richtig gut gemacht. Okay, dieses Mal mach ich zuerst. Wow, eine ganze Menge verschiedener Limos. Ich hoffe, ich hab auch Limo. Ja, ich hab auch was zu trinken. Super. Oh Mist, stimmt ja, ich vergaß. Wir dürfen nur eine Hand benutzen. Aber ich kann immer noch eine Dose mit einer Hand öffnen. Okay, dann probier ich das mal. Ach, so durstlöschend. Ich probier mal die Berry-Fanta. Hey, was zur... Die Metalllasche ist abgebrochen. Ja, das ist blöd. Die brechen alle ab. Jetzt kann ich keine davon trinken. Okay, warte. Ich glaub, ich krieg das wieder hin. Ich staple die Dosen eine nach der anderen übereinander. Ähm, was soll das werden? Oh, kapiert. Du bist schlau. Hier, ich geb dir auch eine von meinen. Oh, vorsichtig. Ich frag mich, wie hoch wir die stapeln können. Mist, ich komm nicht ran. Hm, was können wir machen? Ich hab ne Leiter mitgebracht. Für genau so einen Fall. Hey, sei vorsichtig da oben. Das ist echt hoch. Keine Angst, ich schaff's. Ich stell nur noch diese Dose oben drauf. Wow, es fällt. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Die ganze Arbeit. Und dann fällt alles um. Hm, ich schätze, das war's dann mit unserem Dosenturm. Yay, aber hey, hier, nimm die Cola. Oh, danke dir. Du bist die Beste. Ach, das ist schon viel besser. Hey, High Five. Okay, machen wir sie noch mal gemütlich. Und dann machen wir sie gemeinsam auf. Hey, das sind kleine Kaugummi-Ball-Automaten. Ich hab wieder keine Hände. Das ist unmöglich. Oh, das ist ein Timer. Los geht's. Ich drehe an dem Hebel. Mein erster Kaugummi-Ball. Eine schöne gelbe Farbe. Dann probier ich das mal. Hm, das ist köstlich. Wie soll ich das machen ohne Hände? Oh, sie isst schon längst ihre Kaugummi. Ist das nicht fair? Es muss doch einen Weg geben, wie ich da rankomme. Moment mal. Schau dir das an. Ich benutze einfach meine Zähne. Der Deckel geht einfach ab. Und jetzt kann ich alle Kaugummi-Kugeln in meinen Mund schütten. Das ist eine Menge Kaugummi. So lecker. Zeit für eine legendäre Kaugummi-Blase. Ja. Sie ist nicht mal geplatzt. Hey, wie konntest du die Kugeln alle so schnell essen? Mann, wer konnte denn ahnen, dass zwei Hände schlechter sind als keine Hand? Nicht im Ernst. Ich hab eine richtige Trophäe gewonnen. Warte. Halt still. Ich muss sie mit meinem Mund entgegennehmen. Ach komm jetzt. Halt mal still. Danke. Okay. Jetzt nur noch vorsichtig absetzen. Ha. Sie ist einfach umgefallen. Du siehst vollkommen lächerlich aus, wie du alles mit dem Mund machst. Hey, was ist das da drüben? Sie ist drauf reingefallen. Jetzt bin ich dran. Ähm, was zur Hölle ist das? Hey, du hast ohne mich aufgedeckt? Okay, sieht aus, als hätte ich dieses Mal eine Hand. Alright, dann fangen wir mal an. Warte mal. Ich darf mein Gesicht nicht verziehen? Was? Ha. Das wird ganz schön schwer für dich. Mann, ich will die Zitrone jetzt schon nicht essen. Das wird so sauer. Hey, was hast du damit vor? Ja, wenn du dein Gesicht verziehst, bringst du das hier ab. Whatever. Ich bring das jetzt einfach hinter mich. Okay, sie ist schon mal im Mund. Darf nur nicht mein Gesicht ver... Nein! Ich schaff das nicht. Achtung! Oh mein Gott, du hast das wirklich getan, du Verrückte. So lustig. Wenigstens schmeckt es so viel besser als meine Zitrone. Du bist voll mit Schlagsahne. Bereit? Daumenkrieg, um zu sehen, wer anfängt. Ich hab gewonnen. Dann schauen wir mal, was ich dieses Mal hab. Hm, eine ganze Schüssel voll Nudeln. Eine Hand? Wie schade. Okay, schauen wir, was unter meinem ist. Yay! Ich hab auch Nudeln. Schon wieder keine Hände? Na gut. Nichts Neues. Okay, los geht's ohne Hände. Wenigstens kann man Nudeln so ganz leicht essen. Wow, du legst dich ja richtig ins Zeug. Kein Besteck für mich. Dann nehme ich wohl meine Hand. Äh, ich will die eigentlich nicht anfassen. Hau einfach rein. Die Nudeln sind echt gut. Äh, ich will das einfach nicht. Es guckt gerade keiner. Dann lasse ich die Nudeln einfach auf den Boden fallen. Hm, diese Nudeln waren lecker. Oh, was ist das? Ah, es riecht halt Nudeln auf mich. Ha, du hättest deine Nudeln einfach essen sollen. Jetzt hast du Nudelhaare. Wie witzig. Würdest du lieber mit einer oder keiner Hand essen? Erzähl es uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos wie dieses. Bis zum nächsten Mal.